AK aktuell, die letzte Ausgabe vor Weihnachten zu sehen, wie immer auf YouTube, auf Facebook und auf der Homepage der AK Tirol www.ak-tirol.com. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Auch heute wird uns AK-Präsident Erwin Zanger wieder einige spannende Fragen beantworten. Alles gut. Herr Präsident, gleich zu Beginn unser inzwischen Lieblingsthema der Strom. Es ist einiges in Bewegung, klagend, aber da kann man laufen. Man muss vielleicht auch nochmal festhalten, ohne die AK Tirol würden Tirolerinnen und Tiroler derzeit über 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Ab Jänner sollen es 12,90 Cent sein. Und auch politisch ist ein bisschen was in Bewegung. Stichwort Sonderlandtag oder möglicherweise sogar Untersuchungsausschuss. Ja, das ist richtig. Die IWAG-Sache verfolgt mich jetzt schon zehn Monate, denn im Februar ist es im Prinzip losgegangen. Und wir haben uns damals ganz klar gegen diese extreme Erhöhung ausgesprochen. Die Folge war dann Diskussionen ohne Ergebnis, die eben zu diesen Klagen führen mussten. Wenn du einen Gegner hast, der an und für sich sehr stur ist, dann braucht man einen Schiedsrichter. In dem Fall ist es dann zwei Richter, sowohl beim Bezirks- als auch beim Landesgericht, die jetzt, so hoffe ich, demnächst recht sprechen. Und ich gehe mal davon aus, dass sich dieser Preis nicht halten wird. Wobei, ich sage mal, in diesen zehn Monaten ist es uns aber schon inzwischen gelungen, fast 50 Millionen Euro der Tiroler Bevölkerung zu ersparen. Und das ist doch schon einiges, was wir erreichen konnten. Ist es in Vorarlberg einfacher wie in Tirol bei den Illwerken? Da ist ja der Preis schon unter 10 Cent. Naja, die haben eine andere Vorgangsweise gewählt. Da hat es eine Diskussion gegeben, wie mir scheint, auf Augenhöhe, auch gemeinsam mit dem Land. Da zahlt also das Land drei Cent dazu und somit sind sie bei 9,7 und dieser Preis ist durchwegs akzeptabel. Von dem sind wir leider noch entfernt, aber wir werden es schaffen. Aber zurückkommen einmal jetzt auf den Sander-Landtag, der auf den 16. Jänner festgelegt wurde. Da bin ich einmal sehr froh darüber, dass das Land als Eigentümer, bitte. Die TIWA gehört allen. Und das Land ist der Eigentümer-Vertreter. Das heißt, er vertritt uns ja, alle Tirolerinnen und Tiroler, dass das jetzt im Landtag diskutiert wird. Wenn es ein Ergebnis gibt, da bin ich sehr froh. Wenn es nicht, dann werden wir weiterhin auf die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses behalten. Ja, Strom ist wirklich ein Thema, welches uns alle betrifft. Und es gibt auch andere Themen, die viele von uns betreffen. Gerade rund um Weihnachten gibt es wieder viele Anleihenbetrugsversuche. Viele Menschen melden sich bei der AK-Konsumentenschutzabteilung. Zum Beispiel gibt es jetzt A1-Bestellbestätigungs-Mails anscheinend und das ist gefährlich, wenn man da mitmacht. Ja, das ist die typische Masche. Die Betrüger versuchen jetzt vor Weihnachten noch einmal Kasse zu machen. Sie hoffen natürlich, dass die Leute im Weihnachtsstress vielleicht weniger hinschauen. Tatsache ist, sobald du das anklickst, hast du natürlich ein Riesenproblem. Und die Aufmachung mit A1 und so weiter ist ja einmal vertrauensanweckend. Wenn man Kunde ist, dann denkt man sich, aha, A1 schreibt mir. Tatsache ist das, wenn man aber oben beim Absender E-Mail-Adresse schaut, dann sieht man schon, dass das an und für sich nichts mit A1 zu tun hat, sondern ausschließlich dem Betrug dient. Und die AK warnt auch vor Rechnungen von Amazon, von einer Liberty Service GmbH. Auch da kann es gefährlich sein. Naja, das ist eigentlich unglaublich, was denen alles einfällt. Sie stellen im Prinzip eine Identität, melden sich bei Amazon an, bestellen Dinge und derjenige weiß das ja gar nicht, bekommt dann eine Rechnung, denkt sich, was soll diese Rechnung, macht nichts. Dann kommt natürlich eine Mahnung, die Gebühren erhöhen sich permanent, kriegt Klagsdrohungen und so weiter. Das ist natürlich unglaublich, ist Betrug, ist Diebstahl im Prinzip, wo du gar nicht imstande bist, das abzuchecken. Und dann landen die Leute bei uns, wo wir versuchen natürlich zu helfen vom Grundsatz her. Sollte jemand so eine Rechnung oder so eine Verständigung im Prinzip bekommen, bitte sofort bei uns melden. Nicht zuwarten, je länger man wartet, desto schlimmer wird es. Ja, so ist es. Und wir wünschen Ihnen an dieser Stelle natürlich jetzt ein paar besonders ruhige Tage. So ganz ruhig ist es ja nicht immer um Weihnachten. Naja, man hofft ja immer noch, dass nach der stillen Zeit, dass es da etwas ruhiger wird. Das wünsche ich natürlich allen. Wir bemühen uns, die Dinge richtig zu machen, so dass die Leute dann, so hoffe ich, sehr beruhigt das Weihnachtsfest feiern können. Dass sie auch für die Zukunft natürlich einen Ausblick haben, dass sie die Sicherheit haben. Es gibt also eine Einrichtung, die sich auch nächstes Jahr ganz vehement um ihre Sorgen und Probleme annimmt. Also frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön Herr Präsident, auch Ihnen frohe Weihnachten. Vielen Dank.